Guten Morgen meine Damen, meine Herren, herzlich willkommen beim volkswirtschaftlichen Tutorium. Mit dem volkswirtschaftlichen Tutorium wollen wir Ihnen in einzelnen Beispielen Inhalte nahe bringen, die unseren Studierenden in den Klausuren tendenziell Schwierigkeiten bereiten. Heute ist das Thema die formale Optimierung mithilfe des Lagrange-Verfahrens. Das Ziel dabei ist es, dass ich Ihnen zunächst einmal das Verfahren einer allgemeinen formalen Optimierung für ein ökonomisches Problem zeige, anschließend dann im Speziellen die Maximierung oder Minimierung unter Nebenbedingungen mithilfe des Lagrange-Verfahrens. Dazu werden wir wie folgt vorgehen. Wir werden also zunächst uns ein bisschen wenige Sekunden über Optimierungsprobleme unterhalten, dann einmal die Methode beschreiben, um dann zum Lagrange-Verfahren zu kommen und am Schluss folgt eine kurze Zusammenfassung. Optimierungsprobleme finden Sie nicht nur in den Wirtschaftswissenschaften. Bei uns in den Wirtschaftswissenschaften geht es in erster Linie in der Mikroökonomik um die Maximierung des Nutzens beim Konsumwahlproblem oder um die Minimierung der Kosten beim Produktionsproblem. Aber Sie können Optimierungskalküle auch in der Statistik anwenden, beispielsweise beim Maximum Likelihood Estimator oder in den Naturwissenschaften, wenn es zum Beispiel darum geht, den Energieeinsatz für eine bestimmte Aufgabe zu minimieren. Bei uns in der Wirtschaft ist es relativ einfach. Wir beschäftigen uns in der Mikro vor allem eben mit der Produktions- und mit der Konsumentscheidung. Wenn wir das zusammenfassen wollen, was wir beabsichtigen, so ist unser Ziel, ein Planungsproblem zu lösen, indem wir für die verschiedenen Variablen, die wir verändern können, optimale Werte bestimmen. Diese optimalen Werte werden typischerweise von exogenen Variablen abhängen, die wir nicht bestimmen können, sondern parametrisch akzeptieren müssen. Im Endeffekt, wenn Sie sich an Ihr Gymnasium oder die Gesamtschule und Ihr Abitur erinnern, ist das nicht viel anders als die berühmte Kurvendiskussion. Und mit dieser Kurvendiskussion werde ich jetzt auch mal anfangen. Bei der Berechnung von Extremwerten, das haben wir im Gymnasium gelernt, bilden wir zunächst mal die erste Ableitung einer Zielfunktion oder einer Funktion ganz allgemein. Das ist dann ein Kandidat für ein Maximum oder für ein Minimum oder für einen Sattelpunkt. Und mit Hilfe der zweiten Ableitung entscheiden wir dann, ob es sich um ein Maximum, ein Minimum oder einen Sattelpunkt handelt. Diese Kurvendiskussion ist an sich nicht völlig ausreichend für die Lösung unseres Problems. Denn sie könnten zweierlei Schwierigkeiten haben. Einmal kann es sein, dass ihre Aufgabe mehrere Maxima oder Minima hat. Wir bestimmen immer nur eines. Der Vergleich zwischen den mehreren Maxima wäre noch einmal getrennt zu betrachten. Oder es kann sein, dass sie eine sogenannte Randlösung haben. Das ist eine Lösung, bei der der Minimalwert oder der Maximalwert ihrer Entscheidungsvariable der optimale Wert ist. In dem Fall müssen an dieser Randlösung die Bedingungen, die ich Ihnen gleich zeige, nicht erfüllt sein. Wir wollen diese Komplikationen aber erst einmal nicht ansprechen, sondern uns auf den Standardfall beschränken. Der Standardfall ist der, dass wir eine sogenannte innere Lösung haben. Das heißt, ein Maximum oder Minimum, das eindeutig ist und bei dem unser Entscheidungsparameter auch nicht einen der beiden Randwerte, das Maximum oder das Minimum, annimmt. Wenn das der Fall ist, dann kann man sich für eine Funktion mit nur einem Entscheidungsparameter mit dem alten Bild vom Bergsteiger im Nebel behelfen. Unter Nutzung rein lokaler Informationen, also wenn ich im Nebel gar nicht sehe, wo ich bin, dann kann ich immer einen Schritt nach rechts oder einen Schritt nach links machen und schauen, ob ich mit dem Schritt nach rechts oder nach links noch aufwärts oder abwärts gehe. Das ist sozusagen die Messung der Steigung meiner Funktion und diese Steigung meiner Funktion wird repräsentiert durch die erste Ableitung. Klar ist, wenn ich mit einem Schritt nach rechts oder links noch aufwärts gehen kann im Skigebiet, dann war ich noch nicht auf dem Gipfel. Okay, also ist ein Gipfel dadurch gekennzeichnet, dass ich mit einem Schritt nach rechts oder nach links nicht mehr aufwärts oder abwärts komme, sprich, dass die erste Ableitung gleich Null ist. Das ist allerdings leider an genau drei Stellen der Fall. Erst einmal, und das sehen Sie in der Grafik auf dem linken Bild, ist das auf dem Gipfel der Fall. Im Gipfel geht jeder Schritt nach unten. Es ist aber auch im Tal der Fall, da wo beim Skigebiet mein Hotel ist, weil da ein Schritt nach links und rechts auch nicht weiter runter oder rauf führt. Und da wo die Schuhütte ist und ich mittags meinen Wein trinke, auf dem sogenannten Sattelpunkt, das ist das rechte Bild, ist das auch der Fall. Ich kann also zwischen diesen drei Möglichkeiten nur mit der ersten Ableitung nicht unterscheiden. Was machen wir? Wir betrachten zusätzlich die zweite Ableitung. Schauen Sie auf das äußerst linke Bild, den Gipfel. Wenn Sie jetzt in dem Bild von links nach rechts marschieren, dann sehen Sie, dass die erste Ableitung, die Steigung des Berges, immer kleiner wird. Wenn Sie den Gipfel erreicht haben, wird die Steigung des Berges negativ. Das heißt, sie wird noch kleiner. Also für das linke Bild gilt, wenn ich mich von links nach rechts bewege, nimmt die Steigung immer mehr ab. Die Abnahme der Steigung wird gemessen durch die zweite Ableitung, also durch die Veränderung der ersten Ableitung, der Steigung der Funktion. Beim Maximum ist es also der Fall, dass die zweite Ableitung ständig abnimmt, das heißt, sie ist negativ. Schauen wir uns das mittlere Bild an. Das ist das Bild eines Minimums. Wenn ich mir das Minimum angucke, stelle ich fest, die erste Ableitung ist zunächst negativ, sie wird dann immer größer, also betragsmäßig kleiner, aber natürlich größer, bis sie im Minimum 0 wird. Und dann, wenn ich weiter nach rechts gehe, positive Werte annimmt und steigt. Ganz rechts habe ich den Sattelpunkt. Bei dem Sattelpunkt ist es so, dass die erste Ableitung zunächst fällt. Die Steigung wird also kleiner. Dann kommt die Skihütte. Und hinter der Skihütte nimmt die Steigung wieder zu. Das heißt, ich habe ein wechselndes Vorzeichen der zweiten Ableitung. Fassen wir zusammen. Um bei einer einwertigen Funktion ein Maximum oder Minimum zu bestimmen, leite ich zunächst die Funktion ab und setze die erste Ableitung gleich 0. Das gibt mir Kandidaten für Maxima, Minima oder Sattelpunkt. Anschließend betrachte ich die zweite Ableitung. Ist die zweite Ableitung negativ, dann liegt ein Maximum vor. Ist die zweite Ableitung positiv, dann liegt ein Minimum vor. Und wechselt sie das Vorzeichen, dann haben wir es mit einem Sattelpunkt zu tun. So, das wäre es, wenn unsere Zielfunktionen typischerweise nur mit einer einzigen Entscheidungsvariable auskämen. Leider ist das nicht der Fall. Sie wollen ja außer Zahnpasta auch noch andere Güter kaufen. Deswegen haben wir es in der Ökonomik tendenziell mit mehrwertigen Funktionen zu tun. Das Verfahren bleibt im Grundsatz gleich. Auch hier gilt, dass ich zunächst einmal die erste Ableitung bilde nach jeder der Entscheidungsvariablen. Das gibt mir ein Gleichungssystem, mit dem ich eine potenzielle Lösung nachher auch berechnen kann. Aber etwas schwieriger wird das bei den zweiten Ableitungen. Da die Variablen jetzt interagieren, kann ich nicht einfach nur die zweiten Ableitungen ausrechnen, sondern ich muss auch die Wechselwirkung zwischen den zweiten Ableitungen, den sogenannten gemischt partiellen Ableitungen berücksichtigen. Und das mache ich mit Hilfe einer sogenannten Hesse-Matrix. Die Hesse-Matrix ist die Matrix der reinen und gemischten Ableitungen zweiter Ordnung der Funktion. Hier ist das dargestellt. Auf der linken Seite sehen Sie das, was wir im ersten Schritt machen. Wir leiten die Zielfunktionen nach den verschiedenen Variablen ab und setzen die Ableitungen gleich 0. Das bestimmt die Kandidatenlösung. Auf der rechten Seite sehen Sie die Hesse-Matrix. Diese Hesse-Matrix besteht im Prinzip aus den zweiten Ableitungen der Funktion. Und zwar einmal der zweiten Ableitungen nach einer Variable und dann derselben Variable nochmal. Und dann noch einmal nach dieser ersten Variable und einer anderen Variable. Das ist hier auf der Folie perfekt dargestellt, aber zunächst einmal nicht so verständlich. Verständlich wird das durch ein Beispiel. Gut, als Beispiel schauen wir uns einmal eine einfache Funktion an. Die Funktion von zwei Variablen x und y und die sei mal x², sagen wir minus x² plus 10x. Und dann haben wir noch minus y² plus 10y. Das ist, wie Sie sich vorstellen können, eine dreidimensionale Parabel. Also die hat ein inneres Maximum und das wollen wir jetzt finden. Der erste Schritt ist, dass wir als notwendige Bedingung für ein Maximum die Funktion nach x und nachher nach y ableiten. Wenn ich die Funktion nach x ableite, bekomme ich minus 2x plus 10 und das muss in einem Kandidatenmaximum gleich 0 sein. Wenn ich die Funktion nach y ableite, bekomme ich minus 2y plus 10 und das muss in einem Kandidatenmaximum gleich 0 sein. Ich glaube, uns allen ist klar, wenn ich dieses Gleichungssystem auflöse, ich habe das bewusst einfach gestaltet, dann haben wir im Prinzip ein Kandidatenmaximum bei dem Tupel 5,5. Das war aber nur die halbe Miete. Jetzt kommt es uns darauf an, die Hesse-Matrix aufzustellen und das ist eigentlich der Gegenstand dieses Beispiels. Ich mache das immer gerne so, dass ich diesen zweiten Schritt wie folgt darstelle. Wir haben hier die Hesse-Matrix und die Hesse-Matrix ist die Matrix der zweiten Ableitungen. Zunächst nach x, dann wieder nach x, zunächst nach x, dann nach y, dann nach y und wieder nach x und nach y und nach y. Hilfreich ist es, wenn man sich so eine kleine Tabelle macht. x, y, x, y, mit dem man das darstellen kann. Also, wir wollen hier oben links die erste Ableitung nach x, Zeile, nochmal ableiten nach x. Das heißt, wir nehmen uns den Wert hier oben und leiten den nochmal ab nach x und das ist minus 2. Hier haben wir die erste Ableitung nach x, nochmal abgeleitet nach y. Die erste Ableitung nach x ist hier oben, kommt kein y vor, weil ich das Beispiel so gut gewählt habe. Also ist das eine 0. Hier unten links haben wir zunächst die Ableitung nach y, dann nochmal abgeleitet nach x. x, hier oben kommt kein x vor, also haben wir eine 0 und schließlich, wenn wir das nochmal nach y ableiten, haben wir eine minus 2. Die Hesse-Matrix ist also eine Matrix, die quadratisch ist, minus 2, 0, 0, minus 2 für unser Beispiel. So bestimmen Sie eine Hesse-Matrix. So, jetzt müssen wir uns noch die Bedingungen überlegen, die jetzt anstelle unserer Bedingung für die zweite Ableitung, die wir im einwärtigen Fall hatten, feststellen lassen, ob das ein Minimum ist oder ein Maximum. Für ein Maximum muss gelten, dass die erste Teildeterminante, das ist im Prinzip das erste Element dieser Hesse-Matrix, negativ ist. Also ich schreibe, h1 muss kleiner als 0 sein. H1 in diesem Fall ist nichts anderes als das Element minus 2 und das ist kleiner als 0, also ist das richtig. Die zweite Bedingung ist, dass die nächste Teildeterminante, das ist, wenn ich jetzt eine Zeile und eine Spalte hinzutue, positiv ist. Also ein anderes Vorzeichen hat als die erste. Wie rechne ich so eine Determinante aus? Na, im 2x2-Fall ist das einfach. Das ist oben links mal unten rechts, minus unten links mal oben rechts. Also minus 2 mal minus 2, minus 0 mal 0 und das ist gleich 4. Das ist positiv. Check, das bedeutet, unsere Funktion hat in dem Punkt 5,5 tatsächlich ein Maximum. Das, was wir gerade eben gesehen haben, war eine Funktion mit mehreren Entscheidungsvariablen. Leider ist es für ökonomische Probleme typisch, dass sie zusätzliche Restriktionen berücksichtigen müssen. Das bedeutet zum Beispiel, dass eine Variable nicht negativ werden kann. Der Preis zum Beispiel ohne Subventionen wird schwerlich negativ. Die Menge, die ich esse, wird auch schwerlich negativ. Oder es kann sein, dass meine Lösung weitere Gleichungen erfüllen muss. Zum Beispiel muss mein Einkommen, jedenfalls langfristig, durch meinen Konsum eingehalten werden. Ansonsten meckert die Bank. Das können wir mit dem alten Verfahren noch nicht lösen, sondern wir müssen jetzt ein Optimierungsproblem in Verbindung setzen mit Restriktionen. Das erlaubt uns das sogenannte Lagrange-Verfahren. Ich persönlich bin ein großer Fan vom Lagrange-Verfahren, weil es tatsächlich eine nach gerade geniale Entdeckung ist. Was machen wir da? Naja, wir nehmen die Nebenbedingungen in die Zielfunktion auf, indem wir sie mit einer Kunstvariable, dem sogenannten Lagrange-Multiplikator, multiplizieren und wenden dann ganz einfach unser bisheriges Verfahren an. Und die Grundidee, die möchte ich Ihnen jetzt noch einmal kurz an einem einfachen Beispiel erläutern. Also, wir gehen mal davon aus, wir hätten eine Zielfunktion. Ich mache das jetzt ganz allgemein. Eine Zielfunktion ist eine Funktion von Variable 1, von Variable 2 und potenziell noch ganz, ganz vielen anderen Variablen. Außerdem haben wir eine Nebenbedingung. Das können auch mehrere sein, aber im Augenblick reicht uns eine. Und diese Nebenbedingung ist auch eine Funktion von Variable 1, Variable 2 und potenziell ganz vielen anderen Variablen. Und das, was wir von der Nebenbedingung verlangen, ist, dass diese Funktion der Variablen gleich 0 sein soll. Die Idee von Lagrange ist jetzt, und das ist wirklich genial, dass wir eine Künstfunktion schaffen, nämlich die Lagrange-Funktion, die nichts anderes ist als die Zielfunktion, plus ein Lagrange-Multiplikator mal die Nebenbedingung. Also, dieser Lagrange-Multiplikator hier, den betrachten wir als eine völlig vollwertige Variable. Das ist also eine vollwertige Variable, nach der wir auch ableiten werden. Und das bedeutet, wenn ich die Bedingung erster Ordnung für den Lagrange-Parameter aufstelle, dL nach dLambda, dann ist das ja nichts anderes, in der Zielfunktion kommt er nicht vor, als die Nebenbedingung, und das muss gleich 0 sein. Das bedeutet, dass die Ableitung nach dem Lagrange-Parameter sicherstellt, dass die Nebenbedingung erfüllt wird. Wenn aber die Nebenbedingung erfüllt ist, dann ist dies hier ja gleich 0. Das heißt, die Lagrange-Funktion ist nichts anderes als meine Zielfunktion. Durch dieses Verfahren wird also automatisch sichergestellt, dass nicht nur die Nebenbedingung erfüllt wird, sondern dass ich auch die Zielfunktion maximiere. Und das, meine Damen und Herren, wir stehen auf den Schultern von Giganten. Für uns mag das selbstverständlich sein, aber das ist schon eine geniale Idee. Wenn wir jetzt zurückkehren zum allgemeinen Lagrange-Verfahren, dann stellen Sie fest, dass wir im Prinzip in fünf Schritten vorgehen. Das heißt, wir schreiben uns zunächst einmal das Optimierungsproblem funktional auf. Dann fassen wir die Zielfunktion und die Nebenbedingungen zu einer Lagrange-Funktion zusammen, so wie gerade dargestellt. Im dritten Schritt leiten wir die Lagrange-Funktion nach den Entscheidungsvariablen ab und setzen das gleich 0. Das gibt uns wiederum die Kandidatenlösung. Im vierten Schritt bestimmen wir die Kandidatenlösung. Dann haben wir im Grunde unser Optimum erst mal gefunden. Im fünften Schritt müssen wir dann allerdings noch mit Hilfe einer Hesse-Matrix, die eine besondere Form hat, überprüfen, ob es sich wirklich um ein Maximum oder ein Minimum handelt. Dieser fünfte Schritt wird gelegentlich sogar von Nobelpreisträgern übersehen. Es gibt ein berühmtes Paper, ich glaube von Herrn Samuelsen, in dem er schreibt, my hat is off to Professor Dierdorf. Dierdorf hatte die zweiten Bedingungen für das Maximierungsproblem von Samuelsen überprüft und festgestellt, es war gar kein Maximum. Damit uns das nicht passiert, müssen wir diesen fünften Schritt tatsächlich auch berücksichtigen. Wie sieht die Hesse-Matrix aus? Die Hesse-Matrix im Fall der Lagrange-Funktion ist eine sogenannte umgrenzte Hesse-Matrix oder bordert Heschen. Wenn wir die Bedingungen zweiter Ordnung ableiten, dann fangen wir zum Aufstellen der Hesse-Matrix hier mit den Lagrange-Parametern an. Die Ableitung nach den Lagrange-Parametern gibt gleichermaßen den Kranz der Hesse-Matrix an. Und anschließend wird nach den Entscheidungsvariablen abgeleitet. Das ist dann sozusagen das Innere der Hesse-Matrix. Ich habe Ihnen das hier einmal dargestellt. Was Sie sehen, ist ganz links oben eine Null. Das ist klar. Wenn Sie die Lagrange-Funktion nach einem Lagrange-Parameter ableiten, bekommen Sie bei der ersten Ableitung die Nebenbedingungen. Das haben wir eben gesehen. Wenn Sie die Nebenbedingungen jetzt nochmal nach dem Lagrange-Parameter ableiten, der kommt ja da gar nicht vor, kriegen Sie eine Null. Das bedeutet, in der Bordert-Hessien steht links oben immer eine Null. Bei der Prüfung der Bedingungen kann das ein Problem werden. Denn die Null kann ja nicht negativ sein. Das bedeutet, dass man bei der Überprüfung der Bedingungen im Grunde nicht links oben anfängt, sondern erst bei dem linkestoberen Element des Kerns der Hesse-Matrix. Okay. War schwer genug. Das heißt, wir machen es mit einem Beispiel. Der erste Schritt besteht in der Aufstellung unseres Problems. Wir sagen einfach mal, wir haben eine sehr einfache Zielfunktion, die ist x mal y. Für die Profis, das ist eine Nash-Nutzen-Funktion. Und als Nebenbedingungen postulieren wir, dass x plus 2y gleich Null sein muss. Das können Sie sich als eine Ressourcenrestriktion vorstellen. Schritt 2 unseres Lösungsansatzes ist jetzt die Lagrange-Funktion aufzustellen. Lambda ist gleich die Zielfunktion plus der Lagrange-Multiplikator multipliziert mit der Nebenbedingung. Damit ist die Lagrange-Funktion fertig. Schritt 3 Ableiten nach den Variablen. Wir haben jetzt drei Variablen, x, y und die neue Variable, die Kunstvariable Lambda. Wenn wir nach denen ableiten, bekommen wir den Kandidaten für ein Optimum. Hier haben Sie die Ableitung nach x. Wenn ich nach y ableite, dann bekomme ich diese Lösung. Und schließlich, wenn ich nach Lambda ableite, erhalte ich wieder meine Nebenbedingung, die gleich 0 sein muss. Also x plus 2y gleich 0. Und Sie sehen, diese Bedingung wird erfüllt, wann immer x halb so groß ist, doppelt so groß ist wie y. Das gibt also zahlreiche Lösungen, die dieses Gleichungssystem erfüllen. Alle haben die Eigenschaft, dass x doppelt so groß ist wie y. Nun wollen wir die Hesse-Matrix aufstellen. Da gehen wir vor wie vorher, dass wir uns eine kleine Hilfsvariable leisten. Nämlich, wir haben hier erstmal die Ableitung nach Lambda, dann nach x und dann nach y und die Spalten auch Lambda, x und y. y. Wenn ich die Ableitung nach Lambda noch mal nach Lambda ableite, bekomme ich eine 0. Wenn ich die Ableitung nach Lambda noch mal nach x ableite, bekomme ich eine einmal in die mit den Ableitung keine Rolle spielt, also kann ich hier auch 1 und 2 eintragen. An diese Stelle hier kommt die Ableitung nach x nochmal abgeleitet nach x. Das ist 0. An diese Stelle hier kommt die Ableitung nach x nochmal abgeleitet nach y. Das ist 1. Hier unten links brauche ich die Ableitung nach y nochmal abgeleitet nach x. Das ist 1. Und die Ableitung nach y nochmal abgeleitet nach y ist 0. Das heißt, ich habe hier meine Hesse-Matrix gefunden. Wenn ich mir jetzt die Hesse-Matrix auswerte, dann beginne ich nicht bei der ersten 0, sondern ich beginne hier bei dem ersten Wert der Zielfunktion. Der erste Wert der Zielfunktion hat im Prinzip 0 minus 1 mal 1. Also die H1 ist in der Tat kleiner als 0. Die zweite Unterdeterminante ist jetzt die Matrix selber. Und die bestimme ich nach der Kramerschen Regel. Das heißt, die Determinante von H2 ist 0 mal 0 mal 0, also 0, plus 1 mal 1 mal 2, also 2. Ups, 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 fertig. Und damit gleich 4 größer als 0. Und damit weiß ich, das Vorzeichen hat sich verändert. Wir haben in der Tat ein Maximum. Das sollte das Verfahren soweit klären. Eine Bemerkung noch. Ich drehe einfach mal um. Eine Bemerkung noch. Natürlich liegen typischerweise die Nebenbedingungen nicht in Gleichheitsform vor. Sondern, nehme ich mir einfach mal an, es geht um mich. Mein Konsum guter Bündel besteht im Wesentlichen aus Steak und Wein. Also bedeutet das, dass ein Steak kostet um die 20 Euro. 20 Euro mal die Zahl der Steaks. Eine Flasche Wein, so wie ich sie kaufe, kostet typischerweise auch 20 Euro plus 20 Euro mal die Flaschen Wein. W3 darf langfristig nicht mein Gehalt überschreiten. Ich sage Ihnen nicht, wie viel das ist. Aber das ist W3, weil ich ein Professor bin. Wie gehe ich jetzt mit solchen Bedingungen um? Eine Möglichkeit ist, ich nehme die ernst. Wenn ich sie ernst nehme, muss ich das sogenannte Kuhntacker-Verfahren anwenden. Das ist eine Erweiterung des Lagrange-Verfahrens. In vielen Fällen und für unsere Studierenden, in allen Fällen, die für sie klausurrelevant sind, kann ich mir aber mit einer Brücke helfen. Ich weiß ja, dass Steak und Wein das Einzige ist, was mir schmeckt. Das heißt, ich werde weder Marshmallows noch sonst irgendwas konsumieren. Alle meine Konsumgüter stecken da drin. Es macht für mich also keinen Sinn, irgendwelches Einkommen übrig zu lassen. Und mit dieser Überlegung weiß ich, dass 20 mal S plus 20 mal W gleich W3 ist. Ich kann also die Ungleichheitsbedingungen mit einer Hilfsüberlegung in eine Gleichheitsbedingung überführen und dann stelle ich mir die einfach wieder so hin wie eben und kann sie dann in ein Lagrange-Problem überführen. Trotzdem hat diese Überlegung einen gewissen Wert. Der Lagrange-Parameter lässt sich nämlich in einer bestimmten Weise interpretieren. Eine Weise, die jetzt für diese Mathematiktutorial keine Rolle spielt. Damit die Interpretation klappt, muss ich darauf achten, ob hier ein kleiner gleich oder ein größer gleich gestanden ist. Wenn ich im Prinzip ein kleiner gleich Null mir vereinfacht habe, dann wird der Lagrange-Parameter mit einem negativen Vorzeichen versehen. Habe ich es mir mit einem größer gleich Null vereinfacht, dann ist er mit einem positiven Vorzeichen zu versehen. Hintergrund ist, dass dann der Lagrange-Parameter, wenn ich ihn interpretiere, mehr dazu in dem nächsten Tutorial, das richtige Vorzeichen hat. Damit können wir weitermachen und zusammenfassen. Sie haben das Lagrange-Verfahren kennengelernt, mit dem wir typischerweise in Klausuren Optimierungsprobleme ökonomischer Art, in der Mikro vor allem das Konsumwahlproblem und das Kostenminimierungsproblem der Unternehmen lösen. Hier sehen Sie noch einmal die Schritte, die dafür nötig sind. Sie müssen eine Zielfunktion aufstellen und eine Nebenbedingung oder mehrere Nebenbedingungen aufstellen, die ihr Problem beschreiben. Die Nebenbedingung muss in Gleichheitsform vorliegen. Ich erinnere an die Bemerkungen, die ich gerade eben gemacht habe zu dem Thema, was mache ich, wenn ich eine Ungleichheitsform habe. Anschließend bilde ich die Lagrange-Funktion, indem ich die Zielfunktion zu der Nebenbedingung addiere, wobei die Nebenbedingungen jeweils mit einem Lagrange-Multiplikator multipliziert werden. Dann bestimme ich die Kandidatenlösung durch die Ableitung der Lagrange-Funktion nach allen Entscheidungsvariablen und nach allen Lagrange-Parametern. Ich setze die jeweils gleich 0 und kann aus dem Gleichungssystem dann entweder eine sogenannte geschlossene Lösung für mein Problem bestimmen, also einen Wert für jede Entscheidungsvariable erhalten oder zumindest, wenn das nicht möglich ist, weil ich mit allgemeinen Funktionen gearbeitet habe, die optimale Lösung charakterisieren. Das ist Schritt 4. Am Schluss überprüfe ich noch einmal, ob ich tatsächlich ein Maximum vorliegen habe oder ein Minimum und das mache ich mit der umgrenzten Hesse-Matrix, auf schön Neudeutsch, bordert Heschen, die ich mir dann, wie eben beschrieben, anschaue. Und damit habe ich mein Optimierungsproblem komplett gelöst. Das beendet unser erstes Tutorial. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn Sie mehr Interesse an unseren Tutorials haben, schauen Sie im Ilias der HSU Helmut Schmidt Universität Hamburg. Dort finden Sie unsere Filmchen. Dankeschön. Untertitelung des ZDF für funk, 2017